Sie sollten morgen zu Coop. Nicht etwa wegen dem Spot, der gerade läuft. Seit kurzem ist das neue Früchte-Muesli bei Coop erhältlich. Die ausgewogene Mischung von unverfälschten Serealien ist mit viel gesunden Früchten angereichert, enthalten aber keinen Zucker. Dank seinem aussergewöhnlichen hohen Nährwert haben Sie schnell eine leicht verdauliche Mahlzeit oder eine wertvolle Zwischenverpflegung bereit. So gut wie selbst gemacht ist diese Konfitüre, die neu bei Coop erhältlich ist. Und die Wettbewerbsfrage lautet wie immer schlicht und einfach. Wie heisst die Neuheit? Selbstverständlich gibt es auch morgen bei Coop wieder Aktionen. Eine davon ist der Eistee. Im Viererbeutel kostet er nur 2.60 Franken. Also morgen zu Coop, Sie wissen ja jetzt warum.